hallo herzbekommen zur letzten teil map von left for the 2 ist sein ist eine tippe ich gerade sagen wir haben alles so viel gezockt ist krass wrestling evil der hype und so was das haben wir auf uns warum müssen wir das schon machen wir haben und es ist wirklich übelst krass wir haben eine zeitbegrenzung aber seht einfach selber hat spaß und schreibt dann auf jeden fall mal eure meinung okay macht die tür auf und go 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 mit dabei ist auf jeden fall der liebe hat der liebe schild und der liebe ronnie und der seff bin ich verlöschen okay dann go 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 was steht eh die minute da ah weiter aber die minute wäre schon denkst du mal so zählt das aus mir jetzt sieht es gut aus leute also ihr müsst ziemlich viel mehr so geordnet über der autos liegen die alle zugleich ich bin drüber drüber shit lass dich auch mal vor gut okay gut okay alle drüber weiter geht's hier drüben selbst ich bin hinter dir ja ich bin jetzt so tot der hat mir voll das auto entgegen weiter geht's los go 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 weiter hoch munition holen fikt euch geht einfach weg ich komm hier nicht raus alter das ist so schlimm ich muss mich dann erst mal heilen wenn es geht ja 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 mach ich gerade 3 2 1 weiter geht's gut ab pass auf um ja komm ich hab ich hab renn weiter trüben auf dem gelände ist ein spucker pass auf brauch hilfe ja komm ich hab los weiter weiter haut ab ab weiter geht's genau 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 habe ich so jetzt hier rein so komm mit ich zeig dir es komm mit Achtung 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 genau 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 da okay wo ich ja das ist scheiße zuzweiß scheiße ich werde irre aber ich wisse wie ich denn ausschalten kann verdammel scheiße jetzt Kann ich nicht tut mir leid. Ja das war's mir mal. Sinnlos, Alter. Sinnlos, Alter. Echt sinnlos. Scheiße, ey. Kann ich mich aufregen, ey. Man merkt aber, dass es zu zweit dann zu schwer ist. Alter, ey. Ich krieg die Krise, ey. Ihr seht, wie das am Nerv zerrt, ey. Auf Zeit ist echt richtig krass, dass sie das noch mit ihm zugenommen haben. Muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Option, die ihn wirklich letzten verstanden nimmt, ey. Ach, krass. Ja, krass. Molotoffes, ja. Ich hab noch ne Rohrbombe genommen. Ja, ich nehm hier Munition wieder hinlegen. So, jetzt, ja. Ich hab alles. Ja. Okay. Auf ein neues. Wir machen maximal drei Versuche und dann brechen wir die Folge ab. Ja, ich hoffe, soweit wird's nicht kommen, liebe Zuschauer, aber wir wollen die Folge nicht ohne dich lang machen. Drei, zwei, eins. Go, 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 go. Meist einmal ein, ja. Denkst ja. Ne Rohrbombe. Sehr gut. Das war gut, das war gut. Oben ist ein Smoker, Achtung. Ist aber schön schnell vorangezogen. Ja, das war, das war, das war wirklich gut jetzt. So, Vorsicht. Ne Spuck, Alte. Beim Schleim vorbeigehen. Den Boomer vorne hab ich. Okay. Ich, ich geh als erster Hatzel. Vorsicht. Wasser! Ich bin drüben. Ich bin auch drüben. Sehr gut. 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 Ich auch. Gut, okay, weiter. Jetzt sieht's gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Oh, sorry, dass ich in Züngeblut bin. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Tut mir echt leid, tut mir echt leid. Tut mir echt leid. Tank, Tank, Tank! Okay, ja, ist weg. Weiter geht's. Guck, alte hier hinten. Guck, alte ist down. Also auf Jockey kommt. Hier, äh, Jockey bei mir. Bum. Hinter, hinter euch. Ja, gut, okay, super. Weiter. Hier ist noch nicht Bock, Alter. Ich nehme eine Rohbampe mit. Ja, ja, mach. So, äh, äh, so, komm, 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 komm. Du musst dich um, du musst dich umziehen, hast du in die Viecher abknallen. Sonst machen die nicht langsamer. Lauf, Hatzel, ich bin hinter dir. Alles gut. Ja, super, die Rohbampe war gut, die Rohbampe war gut. Ich nehme jetzt Tabletten. Shit, du willst, wo es reingeht. Ja. Ich mache hinten alles. Alles cool, hinten alles, alles cool. Wir haben noch drei Minuten, sieht gut aus. Lander, ich bin aufgedacht. Rein hier. Da ist noch. Scheiße. Rein hier. Und jetzt hier runter, hier runter. Hier, durchs Tor, durchs Tor. Durchs Tor dann und jetzt hier runter. Existe. Achtung. Hab ich, weiter geht's. Sehr schön. Zwei Minuten noch. Los, go, 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 go. Oh, Paul, alter. Spuck, alte. Achtung, Vorsicht. Die Tür geht auf. Sehr gut gemacht, der Großteil. Go, 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 go. Los, 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 los. Weiter, 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 weiter. Und wo jetzt? Hier hinten. Wir haben's. Sehr schön. Oh, alter, ey. Willst du mich verarschen? Wegen, erst rein mal raus. Jetzt rein mal wieder rein, oder was? Oh, alter, ich war blöde, ey. Boah, wir haben die Kampagne geschafft, alter. Richtig geil, richtig geil, alter. Oh. Oh, nee, abhaut, ey. Das ist zu viel Stress, ey. Ja, dann, äh, ich würde an der Stelle sagen, wenn's euch wirklich gefallen hat, lasst mal einen ordentlichen Kommentar, eine Bewertung vielleicht da lassen und sowas. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen. Ich lasse euch jetzt erst mal, äh, mit dieser wunderschönen Musik, äh, äh, in Fieden genießen, abspannen. Und ich bedanke mich recht herzlich für die ganze Kampagne bei, äh, ist das, äh, Seth, Shit und Hatze. So, hier, hier. Immer wieder gern. Oh, gut, und, äh, bis dahin. So, ich schalte mich noch mal erst mal stumm. Hahaha. Hahaha. Ja, liebe Freunde, äh, da sind wir wieder, äh, äh, Backend-Menü, und so, also, wie gesagt, ich hab, äh, ich hoffe, an der Stelle hat euch die Kampagne gefallen, und so, also, also, uns hat's auf jeden Fall das erste Teilstück ziemlich schnell gekostet, der Server wahrscheinlich, da wird dann wieder Server, äh, ab der zweiten, äh, Teilmap von der Teilmap 2 bis 5, äh, müsste ich eigentlich sagen, war eigentlich ganz gut. Da haben wir so viel Energie verloren, wie in der ersten, äh, Folge, die was ihr ja überfolgen konntet. Und, ähm, was die nächste Kampagne ist, wo, mit was wir vielleicht das als nächstes zu tun bekommen, ob wir wieder Rätsel haben und sowas, das bleibt geheim. Lass dich überraschen, bis zur nächsten Kampagne, haut rein und tschüss. 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 Tschüss.